Kniebeuge mit Gymnastikball Stellen Sie sich leicht rückgeneigt gegen einen Gymnastikball, den Sie mit Druck auf Höhe der Brust und Lendenwirbelsäule an eine Wand halten. Nun gehen Sie langsam in eine Kniebeuge, wobei Sie Ihre Wirbelsäule entlang des Gymnastikballes wandern lassen. Halten Sie, wenn Ihre Kniegelenk 90 Grad erreicht haben. Gehen Sie wieder langsam in den aufrechten Stand über.